Oh, ich bin endlich frei. Ich kann nach Hause laufen. Nevermind, ich wurde gespawnt. Was auch immer das ist. Ja, alles gut, Fufu. Ich hab dich... Aua. Fang ihn! Fang ihn! Ich hab dich hoch! Mama, warum lege ich dich hier so lange? Susuki Paaah! Zusammen mit Fufu und Gnu. Hallo. Ich hab so richtig viel Stimme. Bidens Game funktioniert jetzt eigentlich ziemlich simpel. Ich hab links oben Aufgaben, die muss ich machen. Fufu und Gnu sind zwei verschiedene Dinosaurier. Ich weiß nicht, welche die sind, aber die müssen mich umbringen und ich muss die Aufgaben halt fertig machen. Eigentlich ziemlich simpel. Ich weiß nicht, welche ihr seid. Ich weiß aber, ich schätze mal, dass einer ein T-Rex ist. Ich hab sogar Granaten, Alter. Ich kann mit Fischen werfen. Jo, wie groß! Fressen die Dinos ein? Nee, oder? Du bist doch friedlich, oder? Hallo? Granate wegwerfen, ich will auf die Reiten. Nein, ich kann nicht reiten. Manche sind davon... Ja, die T-Rex sind... Hä? Wo kam die Granate her? Wo kam die Granate her? Warte, hä? Warte, naja, fährt ein Auto. Achso. Achso. Ah, shit! Du hast... Warum hast du Nemo in der Hand? Ey! Willst du... Willst du mal sehen? Was? Was? Komm her. Schau mal, da hast ein Golfball hinter dir. Bye-bye, Fufu. Okay, meine Aufgabe... Clean T-Rex area. Okay, easy. Oh, Maxi. Lass mal Ball spielen. Fufu, ich muss Scheiße einsammeln. Sorry. Warum? Ey, Fufu, was machst du? Ich muss gerade meine Aufgaben machen. Ich muss Scheiße einsammeln. Alter, ich bin ja fast schon tot. Nee, nee, nee. Nee, gar nicht, ne? Hab schon so einen Siebte verloren. Aber ich hab gleich die... Man! Ich werd hier gemobbt, Gnu! Wo bist du überhaupt? Ja. Ich will die Scheiße behalten. Hier, das ist meine. Die sammle ich ein und die... Die häng ich zu Hause an die Wand. Oh! Okay. I see, Gnu. Ja, wahrscheinlich, oder? Die fliegt da einfach rum. Ja. Fliegen? Wie cool. Jo, die fliegt einfach rum mit einer Granate in der Hand. Ja, cool. Ey, hier ist ein Dino tot vor allem bei mir. Anwalt im Reiz. Achso, nee. Ich muss Verbände bei ihm machen, ne? Leute, ich bin versteckt. Nevermind. Äh. Okay. Ich musste... Warte mal, ich musste... Ich such jetzt die Spinne. Man! Eine Aufgabe machen. Wer war das gerade? Ich geh hier rein. Ich geh da rein. Man! Ich hab was für dich. Was denn? Alter. Wo? Komm her, du dufe Ziege. Weißt du, was ich mit dir mache? Jeet! Brauch Granate! Ich bin nur sichtbar. Naruto! Ich muss auf den Kamee reiten. Die Aufgabe seh ich. Die schaffe ich. Die mach ich. Ui. Nein! Also ich muss sagen... Also ich muss sagen... Mein Charakter ist echt einfach auf. Toll. Ich weiß gar nicht, wo du bist genug. Ich seh die ganze Zeit nur Pufu, der die ganze Zeit hinter mir hell auf den Granaten nach mir schmeißt. Geh weg! Katschu! Hahahaha. Einen Gatschu! Warum kraft das Ding mich auch nicht? Ich dachte du bist ein Pflanzenfresser! Au! Ich muss das Aquarium clean! Wo ist das? Hey du hast schon eine Aufgabe erledigt! Was soll das? Ich hab schon zwei fertig! Das gibt es nicht! Naja doch! Bei Roller! Weg da! Sorry! Schnell, schnell, schnell! Wo bist du? Weg! Wo bist du? Weg! Ich bin noch mit dem Aquarium drin. Ich höre irgendwie... Äh, lol. Lol. Ja, okay, ich bin, ähm... Ich bin irgendwie beim Hai drin im Wasser. Oh mein Gott, ich sehe es. Oh mein Gott, Maxi. Komm ich hier raus? Ja. Ich muss da rein, ich muss das Aquarium sauber machen. Ich weiß auch, wo du sauber machen musst. Ich mache einfach meine Aufgaben, ich schaffe das. Wie du da langsetzt. Was ist das? Du hast neben mir noch hingepackt. Jetzt hast du mich dreimal geworfen. So. Wie du da rausgeflogen bist gerade. Sauber gemacht. Weiter, rauf, weiter, fertig. Ah, ich bin... Oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Hallo, genug. Kann ich dich nicht mehr packen? Hau ab. Habe ich dich geschockt? Ich weiß es nicht. Nein. Komm hier runter. Komm runter. Wiggle, wiggle, wiggle. Alter, das ist Moppy. Ah, ich hab dich. Nein. Nein. Ja. Ich muss eine Spinne finden. Wo soll ich eine verlorene Spinne finden? Helf dir, wo bist du denn? Ich bin versteckt. Ich brauche einen Burger. Maxi, komm her. Wir sind dein Intro. Komm her. Komm rein. Ich bin im Burgerladen drin. Kommt, los, traut euch. Siehst du den Burgerladen? Nein, ich sehe alles von hier oben. Das ist gar nicht OP. Ah, komm rein, Gnu. Komm rein. War das eine Granate von dir? Ich weiß es nicht. Warte, die Cola-Dose, Scheiße. Sie wirft die Cola-Dose nach mir. Bist du... Was? Oh, mehr Verschmutzung. Ich will nach Hause. Oh Gott. Teste damit. Guck mal, wie scheiße das aussieht. Wieso kannst du damit fahren? Oh, tschuldigung. Oh, was? Nein. Die Tiere haben gewonnen. Kannst du mich nicht leben, nur noch? Ja, danke. Oh, nein. Ich habe es fast geschafft. Das war knapp. Prachiosaurus ist... Ist das ein kleiner? Nee, das ist der große, ne? Das ist der große, ja. Da sehe ich mich. Ja, perfekt, Alter. Ja. Ich bin ein Dino. Kann ich auch Granaten und sie nehmen? Äh, ja. Ach ja, aha. Genau. Jeet. Oh, ich habe einen schon gesehen. Der ist so komisch gesprungen. Hahaha, Fufu. Weck mich. Hör dich mal auf, weck mich. Ich gucke gerade nach hinten. Ach, da. Ich sehe dich. Fufu macht gerade alles da sauber. Bei den T-Rex-Dingern. Kann das sein, Fufu? Nee, nee, nee. Oh, hi. Fufu kann tanzen? Ich gucke dir das mal an. Ich würde gerne auch dicht gehen. Ah, kannst du mich... Nein, du kannst mich aber nicht hochheben, oder? Wäääh, was ist das für das Game? Fufu. Ah. Iiii. Maxi, guck mal. Du fährst ja super genug. Oh, die Schenkel an. Darf ich auch mal fahren? Warte, ich hole mir auch eins. Warte, ich hole mir auch eins. Was ist denn das? Ah, ich habe... Guck mal, ich kann was greifen mit meinem Mund. Oha. Warte, ich schieße mich zu dir. Okay, ich mache... Warte, ich hole ganz viel Anschwung. Ganz viel. Ja. Das ist absolut realistisch, das Spiel. Das ergibt absolut Sinn, was ich hier gerade mache. Wer kennt es nicht? Das haben die Dinos früher auch gemacht. Und dann haben sie einfach losgelassen und sind weggeflogen. Wow. Oh. Stark. Warte, ich wollte ein Auto haben. Denk dran, der Fufu macht gerade seine Aufgaben, ne? Ja. Nee, nee, nee. Mach ich nicht. Au. Hallo. Stark ausgeschnitten. Warte. Ich komme auf ihr, nehme ich. Oh mein Gott. Perfekt. Ich sitze drin. Oh, ich glaube, wir sind raus. Ja. Komm, wir fahren. Ich bin aus deinem Arsch raus. Ja. Ja. Yeah. Woo. Fufu, wo bist du? Ich suche gerade was. Was? Wie bist du so weggeflogen? Oh mein Gott. Hä? Alter, was? Guck mal, ich fahr hier, Fufu. Du siehst richtig süß aus. Mit deinem langen Hals und deinem Body. Willst du einsteigen? Das ist mega knuffig. Es geht nicht. Doch, doch, spring drauf. Genau, springe mich rein. Können wir auch. Ich bin hier drin. Ey, ich komm nicht rein. Bring mich mal zu den Stegosaurus, was auch immer das ist. Stecker drauf. Ja, alles gut, Fufu. Ich hab dich... Aua. Fang ihn. Fang ihn. Fang ihn. Ich komm nicht auf. Mann, warum liege ich hier so lange? Gnu, steig mit ein. Wir warten auf den nächsten. Wir steigen ein. Hier in die Verfolgungsjagd. Nein. Komm jetzt wieder her. Scheiße. Ich schieße mich jetzt zu Fufu hin. Okay, mach das schnell. Dann kommt uns. Er macht seine ganzen Aufgaben. Ich wege gerade mit dem Po. Warte, ich bin gleich fertig. Gnu, guck mal den Hals an. Guck mal, wie lang der wird. Siehst du das? Oh mein Gott, ja. Ich lasse es gleich los. Willst du dich hier den Weg stellen? Dann schieße ich dich, glaube ich, auch weg. Ja, ich will mit. Bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins. Go. Oh nein, ich habe zu weg. Oh nein, ist das so. So, komm. Wir suchen jetzt Fufu. Uh, ich fliege. Du musst noch zwei Aufgaben machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Stimmt. Hat er über Leben schon verloren? Oh, der Wicke ist aber insane diesmal. Hi, Fufu. Ich möchte es nicht hören. Warte, Fufu, da bist du. Granate. Tor. Was ist denn jetzt der Stego? Ist das der mit den Stacheln auch verrückt? Das ist der mit den Stacheln am Rücken, ja. Ach so, ich bin gerade hochgegangen. Jetzt gehst du runter. Wird sie verarschen? Let's go. Hilfe, 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 Hilfe. Ich komme auch rein. Nein, wir kommen beide nicht mehr raus. Er sucht schon. Wieso nicht? Klar, guck, wir springen hier einfach hoch. Guck. Ich habe eine Idee. Warte, pass auf. Bleib bei mir, bleib einfach stehen. Batz. Oh yeah. Rausgeholt. So, ich halte jetzt eine Granate in der Hand. Fufu, wo bist du? Warum ist hier ein Kind oben? Warum liegt hier, warum liegt hier ein Kind? So, Fufu, wo bist du? Ich bin bereit für einen epischen Kampf. Ich habe die Raptoren. Sicher? Ja. Wo bin ich dann? Ich bin, Leute, ich bin verloren. Egal, ich komme zu euch. Joink. Nevermind. Ich bin aus der Web rausgeflogen. Oh no, why? Ähm. Oh, ich bin endlich frei. Ich kann nach Hause laufen. Nevermind, ich wurde gespawnt. Hier, ich warte hier. Ich weiß eh nicht, wo das Essen ist dafür. Das Essen ist das hier. Ja. Leben verloren. Egal, das ist Waffet. Ah, danke, du hast dich genau zum Essen gehauen. Wie, zum Essen gehauen. Hast du das Essen? Die bewegen sich nicht. Was werfe ich dir nach dir? Ich werfe Nemos nach dir. Macht die überhaupt Schaden? Waaaaaas? Ich habe gewonnen, glaube ich. Okay. Komm her, Maxi. Ich muss noch den Fisch loslassen und dann habe ich gewonnen. Da, wo der komische Typ... Warte mal, tanzt du gerade? Äh, Fufu, das ist echt toxic. Weißt du das? Ja, super. Gnu, au, wow. Wer hat das geworfen? Halt ihn auf! Ich lasse das nicht zu. Geben Sie mir den Fisch. Geben Sie mir den Fisch. Ich werde ihn werfen. Lass uns miteinander reden. Wir können das Auto passieren. Granate! Warte, warte, warte. Gnu, er mobbt dich. Ich bin zu fett, um zu spüren. Komm her. Schnapp ihn dir, schnapp ihn dir, Gnu. Ich kann ihn. Zerfäls ihn. Gnu, mach das, was du kannst. Du bist ein T-Rex. Komm schon. Ja, ich bin da dabei. Das geht nicht. Ja, ist ihn auf. Siehst du ihn? Ja, unter den Dings. Oh nein. Räuchert ihn aus. Was hast du da? Wie du die hältst. Wie aus unserem Bier-Tablett. Oh, willst du haben? Ja, danke. Willst du eine Granate haben, Fufu? Lass mich raufgehen. Da. Wow, warum fliege ich so weit weg? Und du gar nicht. So, ich habe wieder eine Granate. Das war's für das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr von Sook hier basieren wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schaut bei den anderen vorbei. Die Kanäle sind in der Videobeschreibung. Von links rechts kommen wir zum letzten Video. Den Link könnt ihr einfach mal drei Kanäle abonnieren. Ich würde sagen, das war's für das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.